Matthias Mäster, René Kesseli oder Janin Ullmann Einer dieser Let's Dance-Kandidaten wird am 20. Mai zum neuen Dancing-Star gekürt. Doch bevor dieser Tanztitel samt Pokal vergeben wird, muss nochmal richtig abgeliefert werden. Auf die Finalisten und ihre Tanzpartner warten jeweils drei Tänze. Welche das sind und welche Themen sie in ihrem Freestyle vertanzen, zeigen wir Ihnen hier. Diese Tänze zeigen Janin Ullmann-Zolzandor-Checke. Jury-Tanz, Cha-Cha-Cha zu Javier Cabour von La Maxima 79. Lieblingstanz, Contemporary zu Stone Cold von Demi Lovato. Freestyle mit dem Thema Bolesk zu Express und Schumihauyu Bolesk von Christina Aguilera und Welcome to Bolesk von Cher. Das ist das Finalprogramm von René Kesseli-Kathrin Menzinger. Jury-Tanz, Cha-Cha-Cha zu Kick by the Ocean von DNCE. Einzeltanz, Tango zu Assassin's Tango von John Pobel. Freestyle mit dem Motto Finalshow zu Pushin' On von 2Wii und Marvin Brooks und Stole the Show von Parson James und Kügo. Matthias Mäster, Renata Lusin zeigen diese Tänze im Let's Dance-Finale. Jury-Tanz. Rumba zu It Must Have Been Love von Roxette. Lieblingstanz. Paso Dobel zu The Final Countdown von Europe. Freestyle mit dem Thema Die Schlümpfe zu Mambo-Raute 5 von Die Schlümpfe. Tire Coming von Christopher Lennerts. Im To Smurfy von Right Save Fred und Party Rock Anthem von LMFAO Parkett frei für alle Let's Dance-Paare. Natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit den anderen Tanzpaaren, die in der Jubiläums-Staffel von Let's Dance dabei waren. Die ausgeschiedenen Paare werden ihren Lieblingstanz noch einmal performen. Timur Ölker Malika Tchumev tanzen die Rumba zu Right Here Waiting. Bastian Bielendorfer Ekaterina Leonova tanzen den Tango zu Mission Impossible. Amira Pocher Massimo Sinato tanzen den Charleston zu Yes Sir, That's My Baby. Sarah Mangione, Fadim Gabusov tanzen den Slowfox zu Can't Smile Without You. Mike Singer, Christina Luft tanzen den Charleston zu Englishman in New York. Cheyenne Ochsenknecht, Evgeny Vinokurov tanzen den Quickstep zu Strip. Lili zu sein, Wittgenstein, Werleburg Andrzej Zibis tanzen den Quickstep zu Two Princess. Hadi Krüger Jr. Patricia Ionel tanzen Tango zu Fade Two Grey. Ricardo Basile, Isabel Edwardson tanzen den Wiener Walzer zu Sebastase Una Canzone. Caroline Bosbach, Valentin Lusin tanzen die Salsa zu Deschondote. Michael Bosbach, Valentin Lusin lyricatorin. trumpet минут Element OP lamentation den Wiener Walzer Sturko. Caroline Kosberin